Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wahrscheinlich auch das letzte Video für dieses Jahr. Wir haben das ganze Jahr über ja viel mit Hardware zu tun. Von allen Herstellern, egal ob das jetzt Asus, Gigabyte, MSI, Corsair, wer auch immer ist. Und ich sage euch, unter eigentlich jedem Video, wenn wir RGB Software verwenden, lese ich Kommentare von euch. Und ich kann euch beruhigen, mir geht es bei der Verwendung von dieser Software eigentlich genauso. Und traditionell am Ende des Jahres ist es ja so, dass viele Hardware-Magazine oder vielleicht auch andere YouTuber Awards vergeben für sehr, sehr gute Produkte. Wir machen das heute auch. Wir vergeben heute den Award für die beschissenste RGB Software 2022. Das heißt, diesen Award will man im besten Fall eigentlich nicht haben. Ich habe euch vor ca. zwei Monaten darum gebeten, an einer Umfrage teilzunehmen, die auch etwas eskaliert ist. Und das habt ihr gemacht. Wir hatten knapp 6000 Teilnehmer in dieser Umfrage. Es ist also schon ein Stück weit repräsentativ. Und ich habe euch eben gebeten, jeweils die Software erstmal zu raten. Also wie gut findet ihr die generell? Habt ihr Probleme oder nicht? Und falls ihr Probleme habt, was für Probleme habt ihr denn? Und dann musste sich mein Mitarbeiter Hauke da, ich glaube, mittlerweile einen Monat lang hinsetzen und das Ganze kategorisieren. Denn er hat dann alle Ergebnisse sich angeschaut, alle Kommentare von euch und hat dann analysiert, auf was beziehen die sich denn? Was sind denn die Probleme dieser einzelnen Hersteller? Und wir gehen heute die einzelnen Softwares mal durch von den großen und werden dann schauen, wer hat denn gewonnen im negativen Sinn. Wir hatten euch auch in einer weiteren Umfrage gebeten, uns zu nennen, welches die, sag mal, populärsten RGB Software sind, die ihr so verwendet. Das heißt, wir hatten alles von Aqua Computer, Aqua Suite, Asus Aura Sync, Asrock Polychrome und so weiter, MSI Mystic Light. Zu den ganzen einzelnen Softwares kommen ja jetzt alle. Die konntet ihr verwenden, um abzustimmen. Und Hauke hat dann anschließend eben die Antworten kategorisiert, dass wir wissen konnten, wo sehen wir bei welcher Software die größten Defizite? Also was wird zum Beispiel am größten als Bloatware angesehen? Wo ist vielleicht eine Paywall? Wo ist das User Interface vielleicht am absolut grausamsten? Und da starten wir vielleicht einfach mal ganz kurz rein in die Nachfrage, mit welcher Software ihr denn am zufriedensten wart? Also wo habt ihr tendenziell keine Probleme gesehen? Aqua Computer sticht hier tatsächlich heraus mit einer Zufriedenheit von 30%. Also 30% der Aqua Computer Nutzer sind zufrieden mit Aufbau und Verwendung der Software. Und das ist der beste der Hersteller. Lasst das dementsprechend einfach mal auf euch wirken. Wie zum Beispiel bei den anderen Ergebnissen. Gigabyte Zufriedenheit 1,5% oder NZXT 14%. Und das ist durch die Bank absolute Katastrophe. Ich dachte schon, dass es schlecht wird, aber so schlecht und dass durchschnittlich nur 8% von euch zufrieden mit der verwendeten RGB-Software sind. Das ist ein absolutes Alarmsignal. Wir starten dementsprechend mit Aqua Computer, denn Aqua Computer war der beste aus den schlechten. Aus meiner Sicht mit 30% Zufriedenheit trotzdem kein gutes Ergebnis, aber immer noch am besten abgeschnitten von allen anderen. Bei Aqua Computer ist der größte Kritikpunkt, dass Updates kostenpflichtig sind und dass auch die Anschlüsse proprietär sind. Das heißt, ihr könnt das eigentlich nur zusammen mit dem Aqua Computer Kram verwenden. Und generell ist die Aqua Suite, also die Software von Aqua Computer auch extrem unübersichtlich. Das einzig Gute ist, dass es relativ wenige Bugs gibt. Das Problem ist wahrscheinlich, wenn es Bugs gibt und es dann irgendwie Updates gibt, dann sind die kostenpflichtig. Ganz, ganz komische Nummer muss man da auch dazu sagen. Ich denke, das sollte überdacht werden, ob das vielleicht ein gutes Modell ist, das so fortzuführen. Und da zeige ich euch vielleicht auch mal ganz kurz, wie wir kategorisiert haben. Das heißt, ihr seht jetzt hier die Übersicht von Aqua Computer und auch, wo wir dann die einzelnen Probleme sehen. Zum Beispiel Kompatibilität von Software, also ob wir Probleme mit anderer Software haben. Zum Beispiel Konflikte mit Hardware Info, die zur gleichen Zeit geöffnet sind oder ob die Software vielleicht auch als Cheat Software in Spielen erkannt wird. Das ist auch ganz häufig. der Fall. Backboard Computer jetzt nicht so häufig, aber bei anderen wird das noch kommen. Kompatibilität mit Hardware bezieht sich darauf, ob ihr Probleme mit der Verwendung der dafür vorgesehenen Software habt. Bloatware ganz klar. Es gibt bei vielen zig Tools, die mit installiert werden, ob das jetzt ein Antivirus Programm ist oder was auch immer. Generelle Software Bugs und Probleme mit dem User Interface, also zum Beispiel Steuerung und Übersichtlichkeit. Das sind mit die am häufigsten vorkommenden Kritikpunkte bei allen von den RGB Softwares, die wir uns angeschaut haben. Paywall, also wie das wir gerade bei Aqua Computer hatten. Mangelnde Updates und Probleme mit der RGB Synchronisierung sind wahrscheinlich Selbsterklärer und da muss ich nichts zu sagen, was das genau bedeutet. Und am Ende noch, dass einige Software Probleme mit der Einstellung generell haben. Also dass, wenn ihr was einstellen wollt in der Software, dass die Einstellungen nicht übernommen werden oder fehlerhaft übernommen werden. Bei Aqua Computer decken sich die Ergebnisse grob mit dem Schnitt, den seht ihr unten im Blau. Also zum Beispiel 14% bemängeln Probleme mit Hardwarekompatibilität und bei Aqua Computer sind das 13%. Auffällig ist hier das Problem mit der Paywall für die Updates und dass die Zufriedenheit größer ist als im Schnitt. Insgesamt bei der Abstimmung habt ihr Aqua Computer für die Aqua Seed 3,5 aus 5 Sternen vergeben. Kommen wir jetzt zu Open RGB und auch damit dem ersten Dritthersteller in dieser Umfrage. Denn Open RGB stellt jetzt keine Hardware her, aber eben die Software, dass ihr das mit Asus, MSI, wer es auch immer, Mainboards oder Grafikkarten und den ganzen Sachen verwenden könnt. Und das birgt natürlich große Kompatibilitätsprobleme. Das sieht man auch definitiv hier in der Tabelle. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, denn ich habe das zum Beispiel auch auf meinem eigenen PC mal probiert und ich kann da weder Mainboard noch RAM ansteuern, was dann zum Beispiel mit IQ funktioniert. Positiv hervorzuheben ist allerdings, dass Open RGB auch als eine der wenigen Softwares mit Linux kompatibel ist und eine extrem niedrige bis keine CPU-Auslastung hervorruft. Trotzdem hat Open RGB nicht so gut abgeschnitten, wie ich gedacht habe und nur 3,23 aus 5 Sternen habt ihr für Open RGB vergeben. Platz 11 sichert sich Corsair ganz knapp hinter Open RGB und wenn wir in die Tabelle reinschauen, dann sehen wir erstmal keine Auffälligkeiten mit dem Umfragendurchschnitt. Also fällt nicht auf als Bloatware oder sowas, das User Interface ist irgendwie nicht besonders schlecht oder sowas, scheint dem Umfragendurchschnitt ungefähr sich zu decken. Man muss dazu sagen, dass einfach nur anhand der Umfrageergebnisse für IQ man sehen kann, dass es wahrscheinlich die am häufigsten genutzten RGB Software ist und dementsprechend waren da auch ultra viele Kommentare, Probleme mit dabei, teilweise auch Einzelfälle, aber im großen Ganzen kann man rausfiltern, dass das größte Problem für IQ ist, dass es eben nicht nur eine RGB Software ist, sondern gleichzeitig auch alles andere können will. Das heißt Steuerung für Maus, Keyboard, Peripherie, dann auch noch Lüfterkurven für eure Kühlung und so weiter und das scheint Corsair IQ Probleme zu machen, denn das verursacht dann Inkompatibilität mit anderer Software, die man gegebenenfalls gleichzeitig nutzen möchte und wenn es nur Hardware Info sein soll, zu der gleichen Zeit, wenn man vielleicht seine Lüfterkurve einstellt. Das ist was, was ganz viele gesagt haben, die CPU Auslastung ist definitiv höher als bei den anderen Software, das heißt tendenziell verlangsamt es deutlich mehr euer System als es zum Beispiel bei Open RGB und man muss sagen, dass die komplette Corsair Umgebung und das betrifft es eben nicht nur die Software, sondern auch die Hardware mit dem Commander Pro zum Beispiel und den RGB-Steckern dafür, ist alles proprietär. Das heißt ihr könnt nur Corsair mit Corsair verwenden und dementsprechend ist es sehr sehr einschränkend. Ihr könnt nur das damit verwenden und auch grundsätzlich muss man sagen, es ist eine sehr sehr teure Umgebung, die ganzen Corsair Sachen sind relativ teuer und was ganz häufig genannt wird, sind Random Crashes mit IQ, die ich persönlich auch habe, das kann ich bestätigen, bei meinem normalen PC. Ihr zockt und plötzlich schließt sich IQ und dann ist nicht nur das Problem mit der Beleuchtung, denn das könnte ich verkraften beim Zocken, aber dann ändern sich auch Sachen wie zum Beispiel DPI-Einstellungen von der Maus. Irgendwelche Makros sind weg auf der Tastatur und das finde ich bei IQ extremst nervig. Da ist es vielleicht manchmal besser, einen getrennten Weg zu gehen, zwei Softwares zu haben, die dann vielleicht unabhängig voneinander funktionieren und dann weniger Kompatibilitätsprobleme hervorrufen. Insgesamt gibt ihr Corsair IQ 3,2 aus 5 Sternen. Platz 10 ist Logitech G-Hub und auch hier sehen wir beim Vergleich wieder, dass wir keine Auffälligkeiten gegenüber dem Durchschnitt der Umfrage sehen können. Wenn wir allerdings die einzelnen Sachen kategorisieren, die einzelnen Ergebnisse durchschauen, die einzelnen Kommentare von euch, dann fällt auf, dass extrem oft Logitech G-Hub als Problem mit Anti-Cheat-Software erkannt wird. Also ganz oft könnt ihr dann nicht zocken, weil ihr vorher G-Hub beenden müsst, ansonsten wird es von Anti-Cheat-Software erkannt. Das sehr, sehr häufiges Thema. Generell ist die Software sehr unübersichtlich und wenn ihr RGB-Effekte einstellen wollt, dann entweder gibt es die nicht oder die werden teilweise nicht übernommen. Nach Updates kommt es oft zu mehr Problemen als vorher und was auch auffällig ist, dass wenn alte Produkte verwendet werden über einen langen Zeitraum, die dann irgendwann EOL sind, also End-of-Life, die es nicht mehr gibt, dann nimmt Logitech die interessanterweise aus der Software-Kompatibilität raus. Das heißt, wir hatten viele Kommentare, die sagen, sie haben die Logitech-Software geupdatet und plötzlich können sie ihre Produkte nicht mehr einstellen. Aus meiner Sicht absolutes No-Go. Was soll sowas? Geht einfach gar nicht, dass man da plötzlich die Kompatibilität streicht und wenn, dann müsste man es vorher ganz klar kommunizieren. Ich mache ein Update, danach funktioniert es, also solltest du das Update vielleicht nicht durchführen. Könnte man machen, aber generell kein guter Weg und viele haben sich beschwert, dass es zu Problemen mit Discord gleichzeitig kommt, vor allem was die Verwendung von Audiogeräten betrifft. Ihr habt Logitech G-Hub bewertet mit 3,15 aus 5 Sternen. Auch NZXT Cam mit Platz 9 ist erstmal nicht besonders auffällig, ist relativ im Schnitt unterwegs. Was den meisten auf die Nerven geht, ist generell die Software, wie sie aufgebaut ist. Die Tatsache, dass man dazu genötigt wird, einen Account zu erstellen. Es gibt zwar auch diesen Guest-Zugang, aber findet ihr, soll ich ausrichten, findet ihr generell ziemlich scheiße, dass man einen Account erstellen soll. Also reine Offline-Verwendung ist von allen auf jeden Fall vorgezogen, über irgendwelche Accounts zu erstellen. Generell scheint die Software extrem oft zu crashen oder aus dem Nichts gar nicht mehr zu starten. Das heißt, ihr habt irgendwas anderes installiert, ein anderes Game, eine andere Software und plötzlich nach einem Neustart startet NZXT Cam nicht mehr und ihr könnt es nicht mehr verwenden und ihr wisst gar nicht warum. Das haben auch interessanterweise viele gesagt und ihr gebt NZXT Cam 3,03 aus 5 Sternen. Lian Li ist mit dem L-Connect 3 eher unauffällig. Die meisten beschweren sich bei Lian Li über das Thema Updates und da gibt es zwei Fraktionen. Einmal die sagen, es gibt generell zu wenige Updates, wenn Probleme gemeldet werden und es gibt die, die sagen, wenn es Updates gibt, dann machen die mehr Probleme als vorher. Also das ist sehr interessant bei Lian Li. Auf jeden Fall komplett auffällig, was das Thema Updates betrifft und interessanterweise werden viele beim System Neustart immer wieder aufgefordert, Admin-Rechte zu vergeben für L-Connect 3 und das immer, immer wieder, obwohl sie es schon zugestimmt haben. Und was auch sehr, sehr nervig zu sein scheint für euch, ist die Tatsache, dass die Lüfterkurve bzw. das generelle Einstellen von Lüftern, also eurer AIO zum Beispiel mit L-Connect 3 wirklich nicht gut funktioniert. Ihr vergibt für Lian Li L-Connect 3,0 aus 5 Sternen. Mit Signal RGB haben wir die zweite Drittanbieter-Software in dem heutigen Video und auch hier haben wir wieder das große Problem mit der Kompatibilität. Hinzu kommt, dass Signal ein Bezahlmodell hat und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, hat mich auch schon extrem genervt. Vor allem, weil es eben nicht perfekt funktioniert. Wenn ich dafür bezahlen würde und ich wüsste, okay, bei dieser Software funktioniert alles, dann hätte ich damit wahrscheinlich kein Problem, aber das Gegenteil ist der Fall. Also man hat trotzdem sehr, sehr viele Kompatibilitätsprobleme, generell auch viele Probleme, wenn andere Software gleichzeitig läuft, sei das jetzt eine andere RGB-Software natürlich oder auch wenn zum Beispiel einfach nur CPU-Z oder Hardware-Info im Hintergrund offen ist, gibt es sehr, sehr viele Probleme und generell scheint ihr auch sehr, sehr unzufrieden damit zu sein, wie die Steuerung funktioniert. Also die Übersichtlichkeit von dem User-Interface wurde extrem häufig kritisiert. Auch die RGB-Effekte funktionieren häufig nicht oder nur teilweise und deswegen gebt ihr 2,92 aus 5 Sternen dafür. Razer Synapse ist auf dem Platz 6, bekommt deswegen leider keinen Award. Auch wenn es sehr, sehr knapp war, ist also nicht schlecht genug dafür und viele von euch bezeichnen Razer Synapse einfach nur als Bloatware und dass es extrem für Auslastung im Hintergrund sorgt. Generell ist die Umsetzung von Razer Synapse einfach nur nervig. Es nervt, wenn ihr ein Razer-Gerät einsteckt, es nervt euch jedes Mal, ihr sollt euch registrieren, ihr sollt die Software installieren und das nur, wenn ihr einfach nur eine Maus verwenden wollt. Das geht nicht nur mir auf die Nerven, sondern das geht euch genauso auf die Nerven. Und da gibt es einen Kommentar, eine Bewertung, die ich ganz explizit hervorheben möchte, denn die fand ich wirklich passend. Razer Synapse funktioniert manchmal. Oftmals funktionieren einige Dinge nicht. Außer die eingebaute Werbung, die funktioniert immer. Und das bezeichnet Razer Synapse sehr, sehr treffend. Also die Features, die man nicht braucht, die funktionieren und die man brauchen möchte, die funktionieren oft nicht. Es wurde oft darauf hingewiesen, dass Razer Synapse in der Vergangenheit auch mal Kryptomining mit einbauen wollte. Ich glaube, das war 2008. Oder hat es auch eingebaut, dann ist es relativ eskaliert, zu Recht. Also wenn man sowas versucht zu implementieren, das lässt schon sehr, sehr tief blicken. Und ich hoffe, dass das ein einmaliges Vergehen war, sage ich mal, von Razer und dass sowas in der Zukunft nicht mehr vorkommt. Denn das ist wirklich, wirklich schlecht. Ansonsten ist grundsätzlich das User Interface okay, eurer Bewertung nach. Aber RGB wird oft auch nicht übernommen und ihr hattet oft Probleme, USB-Geräte zu verwenden. Overall vergibt ihr 2,88 aus 5 Sternen. Wir machen jetzt einen guten Schritt nach vorne. Wir sind bei Platz Nummer 5. Und der ist schon bedeutend schlechter in der Bewertung. Also wir haben die Bewertung ja über diese Sterne gemacht, ähnlich wie ihr es bei einer Amazon-Bewertung zum Beispiel habt. Und wir haben jetzt als nächsten Kandidaten ASRock Polychrome RGB. Und ihr seid extrem von Bugs geplagt. Also anscheinend scheint die Software generell extrem viele Probleme zu bereiten, egal in welcher Kombination wir das vorfinden konnten. Wenn man die Bewertungen durchliest, ist es auch egal in welcher spezifischen Hardware-Konfiguration. Immer funktioniert irgendwas aus unerfindlichen Gründen einfach nicht. Und da reden wir von simpelsten Dingen. Nur 3% von euch waren zufrieden mit der Software und das sollte einem schon zu denken geben. Und da gibt es dann auch so Sachen wie, dass man RGB-Effekte einstellt und dann werden ganz andere RGB-Effekte übernommen. Oder ihr stellt zum Beispiel eine statische Farbe ein und auf unterschiedlichen Komponenten liegen dann plötzlich unterschiedliche Farben an. Also wirklich ganz basic Sachen, die eigentlich bei einer RGB-Software funktionieren sollten, die funktionieren nicht. Was dafür häufig zu funktionieren scheint, ist, dass ASRock Polychrome dann als Cheat-Software erkannt wird, wie viele andere auch. Und das geht euch ultra auf die Nerven. Deswegen 2,4 aus 5 Sternen. Das ist schon wirklich, wirklich schlecht. Jetzt kommen wir zu den Gewinnern. Ursprünglich wollte ich nur der Top 3 einen Award geben, aber die zwei hier, Platz 3 und 3 in diesem Fall, also ursprünglich Platz 3 und 4, die waren bis auf die fünfte Nachkommastelle gleich bei den Sternen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist so gleich. Beide von denen verdienen einen RGB-Crap Award. Wir fangen an mit dem ersten Gewinner für den dritten Platz. Und das ist Thermaltake. Thermaltake hat es geschafft, eine der beschissensten RGB-Software im 2022 zu sein. Und das auch mit extrem basic Bugs. Ähnlich wie ASRock Polychrome. Einfach nur, dass das grundsätzliche Einstellen von RGB ganz oft nicht funktioniert. Viele Effekte funktionieren nicht. Die Übersicht ist eine absolute Katastrophe bei der Software. Ganz oft werden die Einstellungen nicht übernommen. Die Software hat Random Crashes und wird wie die anderen auch von vielen Anti-Cheat-Software als Cheat-Software erkannt, was ihr definitiv nicht haben wollt. Was die Hardware betrifft, hat Thermaltake ganz oft proprietäre Anschlüsse. Das wollten auch viele erwähnt haben. Habe ich damit sehr, sehr gerne getan. Das wird auch von vielen nicht positiv aufgefasst. Deswegen haben wir hier 2,37 aus 5 Sternen für Thermaltake. Und ihr bekommt deswegen von mir diesen Award hier zugeschickt. Den dritten Platz teilt sich wie gesagt Thermaltake mit einem anderen. Und das ist Asus. Asus bekommt diesen Award. Denn auch Asus ultra beschissen mit Armory Crate beziehungsweise Aura Sync. Da gibt es ja zwei verschiedene Teile. Früher war es nur Aura Sync. Dann wird es irgendwie in Armory Crate integriert. Grundsätzlich gibt es da viele, viele Punkte, weil auch sehr, sehr viele Leute diese Software benutzen. Wenn man das grundsätzlich zusammenfasst, gibt es viele Probleme zum Beispiel mit Corsair IQ. Die sollten ja eigentlich untereinander kompatibel sein. Trotzdem kommt es da zu sehr, sehr vielen Problemen. Dann installiert Armory Crate allen möglichen Kram mit, den ihr nicht haben wollt. Und wenn dann mal irgendwas nicht mehr funktioniert, was anscheinend sehr häufig vorkommt, dass dann Armory Crate aus dem Nichts nicht mehr startet und ihr wollt es deinstallieren und dann vielleicht wieder installieren. Wenn ihr das deinstalliert, braucht ihr ein Special Tool dafür, weil Armory Crate im Hintergrund allen möglichen anderen Kram installiert, den keiner haben will. Und den werdet ihr dann nicht mehr los. Das heißt, ihr braucht ein Special Tool, um Armory Crate zu deinstallieren. Und das verdient auf jeden Fall schon einen Award, einen Reward. Denn auch hier sagen viele von euch, dass die Basics auch nicht funktionieren. Das heißt, ihr habt einzelne Komponenten drin, die alle von gleichen Hersteller sind und ihr könnt einfach nicht eine statische RGB-Farbe einstellen und das wird bei allen übernommen. Da gibt es sehr, sehr viele Probleme und deswegen bekommt Asus dafür zusammen mit Thermaltake den dritten Platz. Platz zwei. Damit fasst der Gewinner der zweitgrößte Award. Ich habe das hier abgeklebt. Warum habe ich das abgeklebt? Lässt sich sehr schlecht entfernen. So, geht an MSI. MSI mit dem MSI Sender bzw. Mystic Light. Auch hier kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sprechen. Extrem viele Probleme. Man weiß bei diesen großen Herstellern auch gar nicht, wo man anfangen soll, weil es hunderte von verschiedenen Problemen gibt. Es gibt natürlich eine Riesenfülle an verschiedenen Konfigurationen, aber runtergebrochen gibt es immer wieder die gleichen Sachen, die nerven. Bei MSI erstmal die Aufforderung, sich ständig für irgendwas zu registrieren. Wir wollen keine Online-Software haben für RGB. Wir wollen unsere PCs mit einfachen Klicks beleuchten. Wir wollen uns nicht für irgendeinen Scheiß registrieren, sondern einfach nur RGB einstellen. Und deswegen hört auf uns zu nerven, dass wir irgendwas registrieren sollen. Das wollen wir nicht machen. Ansonsten, MSI Center, da hakt es vorne und hinten. Egal, ob das MSI Center plötzlich Änderungen von sich aus am Grafikkartentreiber vornimmt, Änderungen der Pumpengeschwindigkeit, es entfernt Undervolting, das ihr eingestellt habt. Also man macht was in BIOS und dann überschreibt die Software ohne euer Wissen plötzlich irgendwelche Einstellungen in BIOS. Sowas nervt extrem. Also dass die Software einfach macht, was sie will. Es werden diverse Tools mitgeliefert, von denen bei der Installation absolut nicht klar ist, was machen die eigentlich, was sollen die tun. Die haben alle immer so tolle Namen, die die Hersteller vergeben, wo jemand, der nicht Hersteller ist, kein Plan hat, was zum Teufel sollen die eigentlich machen. Das weiß einfach keiner. Und deswegen habt ihr dann am Ende zig Sachen drauf, wo ihr einfach gar nicht wisst, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Und das geht nicht nur euch auf die Nerven, sondern es geht auch mir auf die Nerven. Und wie gesagt, ich will einfach nur mein System beleuchten. Ich will vielleicht das Display auf meiner IEO verwenden und diese Sachen, die wir eigentlich mit der Software machen wollen, die funktionieren einfach basic ganz oft nicht. Deswegen zweiter Platz mit 2,33 Sternen aus 5 MSI. Kommen wir jetzt endlich zum Gewinner, zum Gewinner des Awards, den keiner haben möchte. Ich will den jetzt hier gar nicht wegnehmen, weil der so schön beleuchtet ist noch von unten. Und dieser Award geht an Gigabyte. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, Gigabyte hat in der Liste gefehlt. Und ich war schockiert, wie schlecht das Rating für Gigabyte ist. Weil wir hatten ja, wir hatten zum Beispiel Asus mit 2,4. Wir hatten MSI mit 2,3 Sternen. Und da denkt man so, okay, es gibt ja ein paar Leute, denen gefällt die Software, die ziehen dann das Ranking wieder nach oben. Gigabyte hat 1,87 aus 5. Das muss man erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen, dass die Software dermaßen scheiße ist, dass es so ein Rating bekommt. Und das sind ja tausende Ergebnisse. Dementsprechend, es ist ja nicht einer, der sagt, bei mir funktioniert das nicht. Sondern es sind tausende Leute, die sagen, die Software ist dermaßen kacke. Und dafür habt ihr den großen RGB-Kackhaufen Award auch wirklich verdient. Weil ich muss auch sagen, das ganze Jahr über war ich am meisten genervt, wenn es zum Thema Software geht, von Gigabyte. Ich war wirklich da am meisten genervt. Und das fängt schon bei der Installation an. Das heißt, ihr installiert das Control Center und dann kriegt ihr da auch wieder so eine Übersicht von irgendwie 20 Punkten, wo ihr keinen Plan habt, was das sein soll. Also Bloatware ist auch hier wieder richtig angesagt. Wenn ich dann ganz unten sehe, dass da Norton-Antivirus schon drin ist, dann könnt ihr schon richtig ausflippen, weil ich mir denke, was soll das, dass 2022 immer noch so ein Schrott mit installiert wird, den man einfach nicht haben will auf seinem System. Die ganzen anderen Punkte, die drin sind, habt ihr auch keine Ahnung, was die tun. Ich kann es euch auch nicht sagen. Da sind so viele Dinge drin. Ich habe keinen Dunst, was diese ganzen einzelnen Tools euch Gutes tun sollen. Denn meistens funktionieren die nicht und dementsprechend tun sie euch auch nichts Gutes. Um auf so ein paar Sachen einzugehen. Also wie gesagt, die Installation ist schon mal ultra nervig. Wenn ihr da runterscrollen wollt bei der Installation, um die Sachen auszuwählen, dann könnt ihr mal ausprobieren. Auch schon das Scrollen funktioniert nicht richtig. Man weiß gar nicht, wann bin ich denn am Ende angekommen von der Liste oder geht die noch weiter. Das geht mir schon auf die Nerven. Es ist extrem unübersichtlich. Extrem viel funktioniert nicht. Wir hatten das ja diverse Male bei den Aorus Masterkarten zum Beispiel. Ich hatte das Mitte des Jahres mit der Aorus AIO. Dann hatte ich das mit irgendwelchen Lüftern, dann hatte ich das mit Aorus-Gehäusern. Irgendwann denkt man sich einfach so, es kann ja nicht sein, dass jedes einzelne Produkt, das ich damit verwende, nicht funktioniert. Und dann frage ich mich immer so, liegt das an mir? Mache ich hier irgendwas falsch? Aber mit 1,87 aus fünf Sternen kann ich sagen, es liegt nicht an mir, sondern ihr habt genau die gleiche Erfahrung. Und das freut mich irgendwo. Es ist natürlich irgendwo extrem traurig zu sehen, dass heutzutage immer noch eine Software so kacke ist. Aber es ist so. Das heißt, wir reden hier auch über die absoluten Basics, also RGB einstellen, Lüfterkurven einstellen, Pumpenkurven einstellen, das funktioniert nicht richtig übernommen wird. Crashes sind an der Tagesordnung. Dann die ganze Zeit funktioniert die Software plötzlich nicht mehr. Dann deinstalliert ihr sie, wollt sie wieder installieren, die funktioniert trotzdem nicht mehr. Hardware wird ganz oft nicht erkannt, also sei das jetzt eure Grafikkarte, eure Tastatur, was auch immer. Die Menge an Problemen, die mit der Gigabyte-Software existieren, ist fast grenzenlos. Und das ist schon ein Stück weit schockierend. Deswegen, Gigabyte, ich freue mich, euch diesen Award schicken zu können mit 1,87 aus fünf Sternen. So witzig ich das ganze Thema mit den Awards finde und die da jetzt hinzuschicken. Und ich natürlich hoffe, dass die Software irgendwann mal besser wird. So traurig ist das Ganze. Und egal, wer jetzt da zuschaut von den Herstellern, ihr müsst das verinnerlichen. Weil viele werden jetzt, die werden dann wieder versuchen, mich anzurufen und dann sagen die, ja, aber dies und das und das und das und dann werden die wieder relativieren. Was mir generell ja egal ist, ist ja nicht meine Software und es ist nicht mein Problem, dass dadurch meine Produkte scheiße sind. Aber was ihr als Hersteller einfach endlich mal realisieren müsst, ist, und da nehme ich einfach das Beispiel, mein iPhone. Ich habe ein iPhone, ich mag Apple nicht. Ich finde nicht mal die Hardware toll, die in dem iPhone drin ist. Da gibt es bestimmt fünf andere Handys, die ich dem iPhone vorziehen würde. Der Grund, warum ich ein iPhone habe, ist, weil die Scheiße funktioniert. Die geht mir nicht jeden Tag auf die Nerven. Und das müsst ihr beim PC bitte auch endlich mal kapieren. Ihr habt größtenteils extrem gute Hardware. Heutzutage eine wirklich schlechte Grafikkarte, ein wirklich schlechtes Mainboard zu erwischen, passiert nicht mehr so häufig. Da hat sich in den letzten zehn Jahren extrem viel getan. Bei der Software ist das allerdings nicht der Fall. Was euch jetzt klar sein muss, ist, dass natürlich die Basis für den PC sind solide Hardwarekomponenten. Aber ihr baut den einmal. Ihr stellt den dahin. Ihr habt dann vielleicht ein paar Stunden, wo ihr euch mit der Hardware direkt auseinandersetzt. Und danach gerät die Hardware in Vergessenheit. Was präsent ist, ist die Software, die euch jeden Tag in den Wahnsinn treibt. Und einer der am häufigsten Kommentare bzw. Bewertungen unter allen war, ich habe von der Hardware von XY auf einen anderen Hersteller gewechselt, weil die Software so scheiße war. Und da ist es egal, ob einer von Asus auf MSI gewechselt ist oder von Gigabyte auf MSI oder wie auch immer. Es gibt alle möglichen Kombinationen. Und da ist dann nur die Frage, wann ist derjenige dann von der anderen Software so weit genervt, dass er wieder zum nächsten wechselt. Und als Hardwarehersteller, ihr verliert Kunden, ihr verliert Kunden, weil die Software so beschissen ist. Und ihr solltet das mal endlich als Priorität sehen. Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass die Software gut funktioniert. Und ihr solltet die auch nicht überladen, weil es geht gar nicht darum, dass ihr der Hersteller seid, der den 37. RGB-Effekt hat. Das juckt kein Mensch. Ihr braucht nicht die größte Anzahl von RGB-Effekten, sondern habt die Basics, macht eine extrem schlanke Software, die keine Zusatztools hat, die keinen Online-Zwang hat, nichts, sondern einfach eine einfache Software. Die kann 20 MB groß sein, keine CPU-Last, Farbe einstellen, Thema gegessen. Das wollen wir haben. Den ganzen anderen Scheiß, den ihr da einbaut und mit dem ihr werbt, den braucht niemand. Den will niemand haben. Und ihr würdet mir einen großen Gefallen tun und ich glaube allen Zuschauern, die gevotet haben, würdet ihr auch einen riesen Gefallen tun, wenn ihr endlich eure Software in den Griff bekommt. Und ich finde es echt erschreckend, wenn man das jetzt mal komplett rekapituliert und dann mal einfach anschaut, was wir overall haben, dann gibt es einfach keinen, den man empfehlen kann. Alle sind kacke. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Der eine ist ein bisschen weniger kacke als der andere und der andere ist halt besonders schlecht, wie jetzt dieses Beispiel. Aber bekommt das bitte in den Griff. Das wäre wirklich schön für 2023. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, auch wenn ich in dieser Hinsicht mittlerweile relativ wenig Hoffnung habe. Damit verabschiede ich mich für dieses Video, freue mich euch, natürlich den Herstellern diese Awards zukommen zu lassen. Also die werde ich tatsächlich verschicken. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Euch wünsche ich, falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.